Hallo, ich bin Oliver. Ich arbeite in einer Charité und bin ungeimpft und aber genesen bzw. mein genesenen Status zählt ja nicht mehr, weil jemand das einfach runter gesetzt hat. Egal. Jetzt gibt es den neuen Totimpfstoff oder Proteinimpfstoff und der wird auch an der Charité für Mitarbeiter verimpft und ja, gute Miene zum bösen Spiel. Ich wollte es einfach probieren, ein Impfberatungsgespräch. Ich bin heute hin und habe dann gefragt, ob ich denn auch ein Beipackzettel bekommen kann für diesen Totimpfstoff von Novavax und jetzt, ich habe ihn auch bekommen, selbst der Impfberatende Arzt war beim auspacken überrascht. Er hat es aus einer Originalpackung aus dem Kühlschrank genommen. Bitte seht selber und macht euch euer eigenes Bild. Kein Fake. Ich drehe es mal um. Jeder kann sich jetzt seine eigenen Gedanken dazu machen. Das Video darf gerne geteilt werden. Tschüss.